Fußballwetten 24.07.2019 Tagesgewinn 8144 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube, die für den 24.07.2019 kostenlos erstellte Prognose brachte einen Gewinn von 8144 Euro, wobei allerdings ein Einsatz von 16x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 also 4096 erforderlich war. Die Entstandswette zwischen Borisov und Rosenborg hat leider nicht so viel gebracht, da im unteren Segment Klammer auf 2 zu 1 Klammer zu gespielt wurde. Trotzdem zieht man den Einsatz vom Gewinn ab, bleiben immer noch ein Nettogewinn von ca. 4.000 Euro. Mittwoch 24.07.2019 Borisov Trondheim 1 durch 0,2 durch 0,2 durch 1,3 durch 0,3 1,3 zu 2 0.0,11 2 durch 2,3 durch 3 0 durch 1,0 durch 2,1 durch 2,0 durch 3,1 durch 3,1 durch 3,2 durch 3 2 zu 1 7 Euro 75 75 Euro River Plateau River Plateruise 1 0 durch 0,0 durch 0,3 failures 50 27 Euro 13 Real Madrid Arsenal 1 und 0 2 zu 2,3 zu 2 Klammer zu 3,3 Below 30 89 Euro 51 Godoy Cruz, Palmeiras, 1 und 0, 2 zu 2, 3 Euro, 30, 295 Euro, 39, Bemonic Milano, 1 und 0, 1 zu 0, 1 Euro, 55, 457 Euro, 86, Kito, Astun, Kion, 1 und 0, 3 zu 1, 1 Euro, 80, 824 Euro, 14, Neidione, Ansquim, 1 und 0, 2 zu 2, Klammer auf 12 Uhr, 11, Klammer zu, 3 Euro, 75, 3090 Euro, 53, Johnstone, Brechin, 1 und 0, 4 zu 0, 1 Euro, 83, 337 Euro, 77, Göteborg, Norby, 1 und 0, 1 zu 0, 2 Euro, 6675 Euro, 55, Budapest, Valletta, 1 und 0, 3 zu 1, 1 Euro, 22, 8144 Euro, 17, 16 mal 2 mal 2 mal 2 x 2 mal 2 mal 2 x 2 gleich 4096, Einsätze, 8144 Euro, 17, 4096 Euro, 4048 Euro, 17,